Bisa Bisa Sam! Draco, Draco, Draco. Draco, Draco, Draco. Die Maus ist im Weg. Und es geht weiter mit der Sturzfluggalaxie. Ja, natürlich. Wir legen auch gleich direkt los. Keine Zeit verlieren. Nee, keine Zeit verlieren. Speedrun. Das ist so wie immer. Das wissen wir schon alle. Was haben wir denn hier? Galaktischer Geschwindigkeitsrekord. Speedrun, habe ich gesagt. Ja, ja. Aber echt. Wollen wir hier mit der Family manipulieren? Ähm. Ja. Was ist das dann schon? Ja, hier oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kenne das wahrscheinlich noch. Oder es ist ein neues. Ist jetzt ein neuer Parkour? Äh. Ach, oh Gott, nein. Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Genau. Ja, dann Bettflug, Bettflug. Los geht's. Ich bin der heißeste Vogel. Schneller geht es nicht. Geht nicht. Ich habe noch nie verloren. Nie verloren. Ich lasse es lieber. Ich mache es. Oh, verklickt. Duell der Schnellsten. Zeit für einen Du-du-du-du-du. Ja, genau. Okay. Hoffentlich erwische ich den Start. Ja, okay. Ich bin da links lang. Da links, hier. Ja, durch die, ja. Meister, der ist vor dir. Ja, ich bemühe mich. Wie soll man denn den einholen? Ja. Oh Gott, du bist wahnsinnig. Der ist zu schnell, kann ich sagen. Ja, mach einfach so, dass du einfach nur durchkommst. Der bremst am Ende bestimmt ab. So wie der Dino bei... So geht das. Wie denn? Hast du es draußen? Nein, ich meine, der bremst ab. Ach so, ja, ja, ja. Du hast es gesagt. Habe ich dir gesagt. Wie der Boss geht hier. Ja, ja. Na gut. Du kriegst gerade wirklich komisch. Aber das war nicht so erzählen. Ähm, ich versuch mal, dir nichts zu holen, glaube ich. Alter, weiß gar nicht. Aber cool. Ich führe. Du führst wirklich, ey. Geht es gerade durch. Nee. Nee. Alter. Der hat dich richtig hart dran genommen, ey. Ist gar nicht mal so leicht, ey. Der töte dich. Der töte dich. Der töte dich danach. Aber wir haben keine Oops, ey. Scheiße. Das kommt davon, wenn man das Spiel ausmacht und wieder anmacht. Ja. Dann gehen einfach alle Oops weg, ey. Boah, das war lässig, ey. Oh Gott. Ich muss nicht viel Sturzflugaktion machen. Richtig. Also immer so tief wie möglich fliegen quasi. Ist natürlich auch schwerer damit. Ja. Ich sammle die Sachen ein. Das vergiss mich voll. Der hat dich gesniped. Alter Schwede, ey. Die nervt. Die nervt. Kann ich jetzt gar nicht vergläsern. Oh ja, voll ist gut, ey. Aber wir kriegen schöne Sternteile. Was war das denn gerade? Ich bin unten gegengekommen und dann ging's Tor gegen und dadurch gestorben. Und dann bist du instant tot. Du hattest doch noch voll viele Leben. Ja. Und dann bist du instant tot. Kann ich den halten? Ich habe ihn wegge... Nee. Komm her, du Sau. Bam. Kann ich ihn da irgendwie... Du bist denn schon, oder? Wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung. Alter, wo füllst du denn dann? Keine Ahnung. Junge, das war so cool. Das machst du bitte jedes Mal. Ich bin voll verkackert, weil wir waren total, ey. Scheiße. Ich heil dich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich heil dich. Wie bist du denn? Das fand ich echt viel mehr. Bleibst du denn das überhaupt nicht? Doch, wir sind Erster jetzt. Ich mach's einfach weiter, ey. Ich mach's einfach weiter, ey. Ey, das ist doch gut. Wie geht's? Einfach durchziehen, ey. Zieht gerade durch. Jawoll. Mit einem HP. Oh, Gott sei Dank, ey. Das ist auch ein geiler Move, ey. Der erste am Anfang da. Richtig geil. Schön links lang, ey. Noch vorm Game Over geschafft. Ja, wirklich, ey. Sonst hätten wir diese... Wollen wir vielleicht aufs Schiff gehen und die... Nein. Die Brief. Nein. Zu stolz. Viel zu stolz. Viel zu stolz. Viel zu stolz. Wir landen jetzt auf... Fliegender Wechsel. Wie landen die jetzt aufm Schiff? Egal. Viel zu stolz. Jetzt kann ich weitermachen, oder? Ja, du könntest den Bosa jetzt machen. Ja, komm, dann nehmen wir ihn. Nimm ihn. Nimm ihn ran. Wo ist er? Wo ist er denn? Ey, du. Gib mir Ups. 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 Die Honigbiene? Was für die Honigbiene von uns? Sie gibt uns ein? Ne, oder? Ja. Ey, 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 ey. Das ist aus unseren fünf Ups geworden. Du, kleine Sack. Okay, scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Ne. Drei Ups. Locker. Ja, alles. Ja, jetzt muss ich das Spiel mit drei Ups beenden, oder was? Ja, nice. Ja, nice. Wir haben letztes Mal ein Level vorm Finale aufgehört, ey. Stimmt, ey. Was für eine Marschung. Was ist hier jetzt? Hier? Felsinn. Special Sequence. Also die Sequence hat es eigentlich voll gebracht. Die sieht geil aus wie er. Die sieht einfach mal aus wie er. Ja, und er hat ein Schloss auf dem Kopf. Bowser's uneinnehmbare Füße. Du kannst die nicht einnehmen. Das werden wir jetzt ändern. Du kannst die nicht einnehmen. Drei Hammerbrüder. Ich kann sie wirklich nicht einnehmen. Und drei Bolzen da oder was. Schlossversperrung. Alter, der Hintergrund sieht schon geil aus. Wo will ich? Du bist nicht da. Ich glaube, da bin ich jetzt. Geh mir Ups. Hallo du, geh mir Ups. Lass dich nicht unterkriegen. Das hatte ich nicht vor. Nein, ich gehe hier lang. Da ist ein Kevlar. Kevlar. Und los geht's. Feuer. Au, heiß. Bring mich rüber. Ja. Schon mal das erste Leben verloren. Wie fehlt man denn? Alter, der ist ausgewischt. Hier kann er doch nicht, oder? Bam. Oh, da hat er mich auch nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Bam. Bam. Nee, 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 nee. Was ist das? Oh nein, nee. Was ist denn? F5G? Achso, die Batterie. Ja, es geht schon. Äh, was mache ich jetzt? Äh, du musst einmal hier so die Fernruppen schicken, aber du stirbst höher, oder? Äh, nee, lass es. Vielleicht wird schon was zusammenhängt. Ja, das kann gut sein. Ich guck erstmal, was hier ist. Du stirbst. Alter, ich dachte gerade, wirklich, das ist verrecke, ey. Das wäre so dreckig von den Entwicklern, ey. Oh, hey, was ist das? Äh, gibst du mir die Münze da hin? Danke. Hättest du die bereit, die Münze? Kann ich das irgendwie wegwerfen, ey? Oder muss ich das behalten? Ja, ich glaube, du brauchst es. Du musst da jetzt lange dauern. Äh, achso, da muss ich mich reinbuddeln, oder was? Ja, ja, ja. Lass den nächsten mal durchkommen, oder? Laufen. Weißt du, wenn du ihn anhältst, dann habe ich weniger Zeit, das zu drehen. Schnell, schnell! Oh Gott, ich sterbe! Du bist fast gestört. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Alles in Sie. Oh, da ist Lara. Hä, was denn jetzt? Nein, das gibt es nicht schön viel davon, ey. Bin ich nassig? Ja. Das ist richtig gut, oder was? Und laufen, 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 laufen. Soll ich runter? Ich gucke, ich gucke. Ja, ja. Jawohl. Ne, aber... Hier gut, hier kommt die Lose-Kotülle in der Zeit. Nicht anhören. Super long. Ja, natürlich, weil die so groß sind und nicht schwer anzuknüpfen. Genau so ist es. Ja, oh. So, und das hat Spaß gemacht? Alter, was war das? Alter, ne? Hättest du den Käfer gebraucht? Was für den? Äh, den, die Münze, den hier. Du hast... Overheal, oh shit. Oh shit. Gehst du hier rauf? Ja, wenn der mal... Hier. So. So. Weißt du, woher soll ich denn wissen, wann die rauskommen? Yeah, fuck it, ey. Geht doch. Ja. War doch gar nicht so schön. Ich kann da gar nicht anders rüber, ey. Du kannst da gar nicht. Hier, da, den Kumpel. Ja, das ist geil. Dann kannst du mir den Overheal, den dicken, packen. Fünf Punkte hier, hier. Man sieht aber nochmal neu, Alter. Ich muss nach oben, ne? Ich muss nach oben. Ich kann nichts sehen. Ja, das stimmt. Wie komme ich jetzt hoch, ey? Jo, geht doch. Geht doch. Ja, nice. Da oben ist... Ich kann nichts schütteln. Kann ich nicht. Oh, nice, ey. Alter, wie krass das ist, ey. Wieso konntest du nicht schütteln? Wenn man gegen die Wand, äh, gegen Pounce, dann kann man nicht schütteln beim Unterfallen. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht. Du treibst nach rechts. Ne, ja. Da wäre noch eine Wolke, ne? Und ich kann wieder nicht. Kann dich nicht halten. Kannst nichts machen, weil du kein Wolken hast, oder was? Oh, okay, okay. Ich mach es so, ja? Ja? Ich hab die Wolken abgebrochen. Doch, hast du gut gemacht. Na, na geil. Die machen die Wolken kaputt. Du musst den ZA spucken, sonst in der O. Nicht nebenbei. Immer so, ja? Ja. Nicht in die Rakete. Nicht in die Rakete, oder? Das ist auch eine gute Worte. Ich kann die übrigens nicht ein. Oh, Gott, was machst du denn? Nein. Oh, shit, war das knapp. Ja, du hast es. Blur, Blur und die Wand. Ja, nice, ja. Genau, mein Fixer. Was für die? Oh, ich hab's nicht recht. Oh, ich hab's nicht recht. Und du hast es geschafft. Ey, das war okay diesmal. Jetzt muss der mich noch holen. Ja, noch 20. Ey, 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 ey. Das waren drei. Ich bin immer noch am Speedrun. Das ist andauernd. Keine Pause, ey. Wir müssten ja fahren. Anheben. Ja, das sind die Batterien. Haben wir nicht noch welche? Bestimmt, ey. Ja, ich hab doch zwei. Kannst du den Spiel behalten? Oh, da heil mich du. Oh, der Kevlar ist... Der Kevlar ist vorhin schon flöten. Oh, wow, 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 wow. Das hat mir keiner erzählt, ey. Rechts kriegst du wahrscheinlich einen Yoshi, würde ich sagen. Meinst du? Hallo, Yoshi? Machst du mal was? Hallo, Yoshi, ich bin da. Ja. Wie macht man das mit dem? Ja, genau. Ähm, wohin? Wo ist mein Yoshi? Was war das denn? Du bist mit deinem Yoshi in die Lava rein, der ist weg gewesen. Ach, so läuft das jetzt hier, ja? Ja, ist doch logisch. Du hast ja die Lava schon bei dir. Äh... Ben! Okay, jetzt mach ich das mal hier. Jetzt machst du das richtig, oder? Jetzt geb ich mir nicht. Ich glaub, du musst da links auch nicht lang. Ich geh eh lang. Ich kann den nicht aufgelassen. Was ist das? Ach, da wurde ich krieg ich einen Yoshi. Ja, okay. Okay. Oh, nice gemacht. Ich hab nicht damit gerechnet. Die geht unter, oder? Geht die unter? Ja. Nee, siehste, da kommt dieser Lava. Denk jetzt noch nicht. Noch nicht. Das ist doch scheiße, ey. Jetzt hab ich ein Leben, oder? Okay, los geht's, ja. Jetzt. Jetzt, schnell! Gut gemacht. Jetzt? Ja, oder? Fliegen wird ja, das geht's ja gut. Geschafft. Der war lässig, oh. Heil mich, heil mich bitte. Ja. Ja, nice dodging skills. Oh, leck mich doch, ey. Wann wäre denn noch her? Weiß ich nicht. Oh, nee. Oh mein Gott, ey. Alles klar. Voll geil. Oh, das wird eng. Das ist schön. Wer kann denn sowas riechen, dass das wieder zugeht? Das ist wie mit dem See. Welcher See? Ja, den Jesus auseinander gespaltet. Oder wer war das? Ähm, ich glaube Moses. Jesus, Moses, man. Saint. Oh Gott. Das ist falsch. Wann nicht zu sehen, ne? Das ist ja nicht so schwer. Ich springe das gut einfach jedes Mal. Ich weiß ja nicht, geht eigentlich. Ist das nicht so schwer? Nee. Nee. Ich denke, das sehe ich jetzt nicht. Aber die Stelle hier ist echt nicht so schwer. Die ist hart, die ist hart. Du musst warten. Die Japaner oder der Weg. Ja, die Japaner können einfach nicht warten. Das ist unmöglich. Und hier kann ich ja sowieso skippen. Au. Oh, der steht aber da drauf. Da warte ich jetzt. Da warte ich jetzt. Und ich bin dran. Und run. Oder race. Race, 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 race. Und race. Hier, hier, hier. Nice. Die Waden. Nice. Nice Jumping Skills. Und geschafft. Oh, so langsam? Oh Gott, das ist auch noch sowas hier, ey. Nice. Jetzt aber... Ja, krass. Ist ja auch, oder? Ist schon mit mir. Ich verzeih dir. Guck mal, ich hab sogar diesen Kamel. Das ist aber wirklich ganz nett von mir. Was soll ich denn da warten? Ey, du hast kein Yoshi mehr, würde ich sagen. Du kannst die Kometen-Münzen nehmen. Ach so, das ist nur... Ja, dann ist ja egal. Aber ich spiele Tor. Ich gehe erst mal zurück. Wo soll ich denn links bleiben, oder was? Oder auf die rechte Spur. Da rechts ging, glaube ich, auch eine Spur lang, oder? Oder rechts? Weißer von mir. Ja, warum nicht? Das ist ja jedes Mal aus dem Kometen. Jo, das mache ich auch. Das ist ja auch das letzte Schloss, ne? Dann kann man doch mal sterben, ne? Oh nein, mein Kill-Counter, ey. Falls die noch nie wer machen. Ich glaube, ich bin vorne. Also, ich schätze nicht. Ich schätze nicht die Lage ein. Weißt du noch das Holz? Ja. Die Rutschbahn. Ja, die Rutschbahn. Das war ganz schön cool, ey. Das war krass, ey. Ja, ich schätze nicht. Und dann gab es noch dieses Feld, wenn wir da. So, wie ein Plakur oder was ist das? Ja? Ja, ich weiß alles. Ich weiß noch alles. Ich weiß noch alles. Ja, ich weiß noch alles. Ja, ich weiß noch alles. Ich weiß noch alles. Ja, ich weiß noch alles. Und jetzt gehe ich los. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme die rechte Seite. Nimmst du das Kante-Karte? Okay. Oder kommt hier auch ein? Oh, ne. Ich weiß nicht. Ich habe keinen mehr sehen. Ich glaube, danach... Die gehen nach links rüber, dann jetzt. Nein! Besschappen, komm, Besschappen. Gibt er hier? Ja, nice. Geil, ey. Ah, leck mich, ey. Wo muss ich da draufgehalten? Ich habe die Kumpel in Münster. Ja, leider bleibt die nicht. Bleibt nicht? Nee. Leider nicht. Muss ich... Ich verstehe nicht, wie ich da drauf... Das... Hä? Es geht einfach gerade nach oben. Du musst auf die vorderste Plattform laufen. Das meinst du ja? Das ist los an dem Weg. Das fällt auch noch rein, ey. Ja. 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 Ich wollte nur den wieder... Darfst du auch helfen, wenn du irgendein Lust hast. Ja, darf ich doch nicht. Wenn du gegen den Kumpel... Darfst nicht? Ja, ich will jetzt weiter... Ja, aber wenn du auch stunnen darfst... Ja. Ich muss hier einmal... Schleichen. Probieren zu Hause. Ach so, ich kann hier ja auch einfach... ... für Eizbier. Das geht ja auch nicht. Ja, das ist ja auch nicht. BAM! Herr, was ist hier los? Weiß ich ja nicht, ey. Und wieso habe ich das Leben verloren? Wieso ist es schon wieder so gut? Ja, klar. Kannst du ihn ausprobieren? Ja, das wird aber... Ja. Du weißt, was ich jetzt mache, ey? Nein, weiß ich nicht. Ich renne hier einfach durch. Ich dachte, du hast irgendeinen Plan für diesen scheiß Paar... Nee, da habe ich immer noch keinen Plan für. Ja. Ich weiß es mal gerade. Ich muss auch nicht sagen, was du machst. Ja. Ist er tot? Ich glaube nicht. Ich habe bloß das... Er wartet da hinten. Meinst du, ich habe genug Sprungkraft, um auf die linke Seite zu gehen? Ja. Ja, dann mach ich das jetzt. Ja, das geht sehr viel. Verlockelst du auf die rechte Seite. Lässige Blödsinn. Ja. Das ist ja auch viel einfacher. Oh nein! Nach rechts! Yoshi, bitte nach rechts! Opfer ihn! Opfer ihn! Nice! Nice Opfering Skills! Ja! Ja, das schafft man nur mit Yoshi. Man muss den blauen Ballon nehmen damit. Welchen Ballon? Ach so! Ja, dann fliegst du über das Ding. Jetzt geht hier auch noch alles runter. Scheiße! Ey! Das ist doch scheiße! Das ist doch scheiße! Nice! Descounting Skills! Ja, ey! Naja, oh! Fühl, ey! Oh Gott! Erzähl was! Erzähl was aus meinem Leben! Ich erzähl was aus deinem Leben! Erzähl was aus deinem Leben, ey! Ah, nice! Die Pläne haben ja nicht so viel Tolles zuhelf. Oh, dann gibt's noch nicht. Ob er das finest? Und der Weltstern, da wär sowas positiv. Ja, wir sammeln auch ein gesternter Leid. Skipping-Skills. Nice, Skipping-Skills. Treff mich aber mindestens einmal. Komm schnell, du, du, du. Joshi, komm mal. Hallo? Jetzt ist es aber gut. Es ist wirklich, ne, aber langsam. Feige Sau, ey. Hatte er ja Angst, weil du nie. Ja, ne, aber schon. Ja, keine Ahnung. Noch mal das Ganze. Das ist so viel Spaß. Hatte Spaß eigentlich, ne? Ja. Stört dich das hier? Ja. Ja, das ist okay. Das brauchen wir dafür nicht gleich in der Lava landen. Jetzt wird man einfach in der Lava landen. Das ist eigentlich vorbei. Ja, eben. Was? Yes. Die hab ich aber auch. Ja, nice, good basic. Starr, rob. Wo bleibt? Ja, raus. Das Ding, das blaue Ding musst du einsammeln. Oh! Scheiß, schweiß hier. ich komme dann auch auf heim ich hab das ding voll vergessen das war so saugeil ja das habe ich auch da ist das ganze spiel bereit so wie geht es hier stammt das ist ein stammt das ist das wo es der herrschte jetzt Jetzt brauche ich einen Runde. Na ja, unglücklich. Komm ich halt rein. Du bist besogen. Nein, mein Kevlar. Ja, das werde ich wahrscheinlich nicht mitgenommen. Das glaube ich auch. Eine schöne Sequenz noch. Ah, so. Er will sich ein neues Reich, ein Königreich. Ein Peach an seiner Seite. Der wird immer größer, ey. Das ist ein bisschen groß, ne? Okay, los geht's. Bring it. Keine Sorge, Rosa, wir sind auf dem Speedrun unterwegs. Deswegen wird es nicht lange dauern. Das ist auch eine gute Zeit. Ja, cool. Guck mal, was ich mitgenommen habe. Alter, ich hab das Kevlar noch, ey. Ich hab das Kevlar. Was machen Sie denn? Das war ich nur ein Töt. Wann kommt die Tötphase? Ach, der macht wieder diese Kugelchen. Wieso? Ich hab ein Heal-Progress. Jetzt kommt es. Das Ding heilt... Nee, warte. Kommt eins davon hoch? Jetzt macht er nur ein Punch, und dann kommt die hoch. Vorher könnte ich ein Punch. Das Ding kann ich natürlich nicht verlaufen. Du musst jetzt den Planeten dagegen geben. Im Gegenteil. Ja, ich weiß schon. Du weißt gar nichts. Gar nichts weiß ich. Ich heil dich auch. Ich heil dich. Ich heil dich. Nein, hier, du weißt. Ich kann mir ja selber nichts versuchen. Warte, die dürfen nicht direkt drauf, ne? Nein, nein, nein. Nein, nein. Jetzt warte, wenn ich noch ein Ding habe. BAM! In your face! Ich wusste, dass du das sagst. Wo ist meine Zeiger da? Hast du das Wetter, oder? Ich kann ja nur so ein paar Stellen halten. Jetzt ist es ja nicht so specht, oder? Geh... Ah, die scheiß Dinger vergessen. Nichts. Das ist ja. Ich weiß... Oh, leg mich! Ja, ich lauf hier hin. Da soll das für ein Wechsel leben? Richtig. Mir kann auch nicht so viel passieren. So, bei Leo Calldown hier, das dringte ich in die Luft. Is heil dich? Ben! Ich meine hier nicht. Der ist schon so gut gemacht. Weißt du, wie wenig Zeit man hat? Bis die Scheißdinger mal runter geht. Guck mal, jetzt zack und schuss. Ich hab Fuß. Ich hab wirklich nicht genug Zeit, das zu placen. Mich zu positionieren, die sind ja so schnell weg. Der hält doch mit seinem Punch irgendwann an. Weißt du? Weißt du? Ja, dann suchst du dir schon eine Kugel, stellst dich da an. Dann geht die Ohren und sprichst. Aber jetzt macht er Feuer. Damit kann man nicht mehr. Seit wann in Aschburg Bowser denn Feuer ist? Ah, der hat sich irgendwie kaputt gehabt. Komm, schau mal. Voll in kalten Zeit eigentlich. Ey, lass mich mal in Ruhe, ey. Da war ein Sternteil gelohnt. Ja, was macht er denn jetzt? Feuer. Lustig. Bowser Punch. Wie viel hält dieser kleine Planet eigentlich aus? Der ist aus Zitanen gebaut, ey. Oh, der hat mich getroffen. Hm. Aber ich mach ja keinen Overheal. Ne, das ist okay. Boah, den hab ich aber noch nicht. Bam! Nein. Nein. Das war's denn? Nein, das war's nicht. Nein. Das war doch nicht der ganze Endpost. Nein. Ich hab noch meinen Kevlar. Ich halt immer noch A gedrückt gerade. Nein, Mann. Das war's noch nicht. Das wäre, das wäre... Den Shadow irgendwie, ne? Genau so haben wir den doch immer gemacht. Ja. Ja. Ja, der hat halt jetzt diese Shadows da mit gehabt. Wenn er seinen Punch gemacht hat, dann kamen diese Schattenflammen. Diese Shadows, die Linien da. Das war wirklich der letzte End... Oh, bitte. Du willst mich doch verarschen. Ich heil dich. Warum heilst du mich? Weil ich nicht mehr A gedrückt habe. Ah, sehr gut. Om nom nom nom. Es gibt nämlich doch acht Welten. Es gibt nicht acht Welten. Ja, scheiße, jetzt hab ich dich geil, ey. Und Runde zwei. Oh, was? Nein, du musst die nicht treffen. Ich hab's doch kein Leben. Ich hab die Klub hier in den Geschmack zu machen. Ey, das hast du nicht. Ja, da ist das. Das Spiel ist ja gut. Dann muss man dich lassen. Pff, ist das jetzt hier so ein Luftkampf? Ey, voll geil. Ja. Ja. Bitte lass uns auf dieser Samen. Oh, der kommt näher. Ja. Der töte dich. Treffer. Das ist richtig cool, der Bosskampf. Ja, ich glaub der kommt jetzt immer ein bisschen schneller her. Ja, der töte dich. Bahahaha. Du bist so lucky. Ich warte einfach bis er näher kommt. Ja, du jetzt sagst. Dann schießst du einfach mal voll an. Bahahaha. Nur wenn er nah dran muss, ist der damage groß genug. Einfach oder was? Ja, das ist schon ziemlich einfach. Aber war ein cooles extra so. Ganz gut. Also ich fand das geil. Das hat mich an Joshis Islander erinnern. Und da kommt der auch immer näher und du musst diese Rieseneier auch hinwerfen. Da hab ich früher richtig Herzrasen bekommen, weil der so nah kommt, ey. Du musstest ihm auch auf die Nase hauen mit dem Ding. Ey, auf die Nase. Ei, 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 ei. Ja, bei Mario 64 haben die ja die einfallsreiche Idee gehabt, dass man ihn immer gegen so eine Stachelbälle gehen lassen muss. Ja, das war auch cool eigentlich. Mit dem Drehen und dann Boosh. Ja, mit dem Drehen, weil den geilen Kontrollern, wo man sich Narben da ... Ja. ... in den Händen holt hat, ey. Bei Mario Party war das ja noch schlimmer. Ist das ein Special-Stern, weil da eine Peach mit drauf ist? Die will ich gar nicht haben, ey. Geh weg. Geh wieder zu Boosh, ey. Ah ja, nice. Wir brauchen nicht mehr hier. Jetzt drängt die sich in meinen Screenshot rein hier, ey. Geh weg. Das ist mein Stern. Ich hab den geholt. Alleine. Geht weg, alle. Geht alle weg. Endsequenz. Endsequenz. Immer mit diesen schönen Bildern. Du weißt, das ist aus dem Buch so weit. Das ist voll dumm, ey. Ey, das kennen wir. Oh, ja. Aus dem ersten Teil. Oh mein Gott. Und der klaut meine Mütze. Und was ist das? Dreieck, 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 Dreieck. Hast du den Cheatcode gemerkt, ey? Das war eine Sprache. Ich glaube, das war ein Cheatcode, ey. Wo ist denn die Dreieck? Wo ist das Dreieck? Wir sind auf der falschen Code zusammen. Die kenne ich. Das ist Mama. Wie ist die Luna? Äh. Ja. Keine Ahnung. Rosalina. Rosalina. Keine Ahnung. Völlig falsch, ey. Völlig, völlig falsch. Wieso hat die die Augen gezogen? Ist cool, dass man die wieder sieht, ey. Aber die könnte man die Augen öffnen. Jetzt, ey. Die sieht auch peach gar nicht jene. Überhaupt gar nicht, eigentlich, ne? Völlig zwei unterschiedliche Personen. Ja. Jetzt seid ihr wieder zu Hause. Jetzt werden wir... Jetzt seid ihr wieder hier. Jetzt könnt ihr abhauen oder was, ey. Wirklich, ne? Jetzt ditschen die uns hier einfach, ey. Viel Spaß, ey. Wo ist die Cap? Die Cap. Die Power Cap. Ich bin kein Super Mario mehr. Ich bin ein normaler, gewöhnlicher Mario. Ey, der nimmt die mit, ey. Der nimmt die mit, ey. Der will jetzt genauso cool werden wie Mario. Was, was, was? Jetzt sind wir ja alleine auf diesem Wert, wo die dieses Lande... Das ist die neue Figur für alle mit... Die Mario-Teile. Keine Sau weiß, wie man... Und keiner weiß, wie man diesen Planeten steuert, ey. Aber die verpissen sich einfach, ey. Und dann klaut er auch noch die Mütze, ey. Wie kommt... Wie kommt man jetzt zu Peak Schloss zurück? Mit dem Sack. Alter, ey, der ist auch... Der hat die ganzen Sternteile von uns und mal gegessen, wenn wir nicht hingeguckt haben. Ja, wirklich. Deswegen hatten wir so weh mit. Tschüss. Tschüss. Ja, da sitzen wir jetzt die Mütze oder was? Ja. Er freut sich auch noch. Das ist schon ein bisschen lächerlich eigentlich. Was denn jetzt? Die Mütze? Irgendwie alles. Endboss, Mütze weg. Das Ende fand ich ganz gut, ey. Gut, der Boss war wie alle anderen, aber das ist so... Diese absolute letzte Kampffanzer. Ach, Scheiß. Ne, man kann jetzt... Aber wir sind durch, ne? Ja. Ne? Aber 120, mal gucken, ob wir das auch noch machen können. Ja. Überlegen wir uns dann. Genau. Wir haben ja jetzt auch schon 71, ne? Mehr als 70. 70 haben wir. Hat der letzte zählt als bei einer? Ich glaub der letzte zählt nicht. Weiß ich nicht. Doch, eigentlich muss er. Äh, jetzt die Credits. Wollen wir die rausnehmen? Ich hab keine Ahnen, Mann. Was wärst du dazu kommentierend? Ich kommentiere dazu... Keine Ahnen. Richtig. Du hast... Chips. Die sind so alt. Okay. Aber ich... Weiß nicht. Die waren zu die ganze Zeit. Die waren die ganze Zeit zu. Die sind unendlich langhaltbar. Meinst du? Die sind unendlich langhaltbar plus drei. Ja, okay. Abgelaufen sind sie schon. Ja, ne? Ich wusste nicht immer, dass die ablaufen können. Selbst Wasser hat mal abgelaufen dort. Ja. Weil's Pflicht ist. Komm. 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 Ja, mach das mal vom Mikro weg. Oh, ich kann mich hier bewegen. Oh, Alter. Ich muss spielen. ich kann den schneeball rollen ja ich gucke der wird immer größer, wo ist deine kirche? guck hin! weißt du an welche mission mich das erinnert? an welche? von 1964 wo du den schneeball rollen willst oh das war voll schwer wunderbar ja vor allem man hat viel verstanden nö, irgendwie nicht irgendwann ging er mal runter und irgendwann nicht ja die credits zu spielen, das ist echt lässig die schmecken noch gut und die sehen auch noch gut aus iiiiih wie aussieht ne hier will ich gar nicht ich hab ja immer noch ich schmecke gut das sind auch meine Lieblingschips echt gut ich weiß nicht wo wir Werbung dafür machen doch eigentlich machen wir die sind so selten in den Läden zu finden ich will dass die da jetzt öfter gekauft werden mach mehr wo? ein Mini Bowser ich muss, warte stirb das ist der Bowser und der mit seinen restlichen Macht ist ja du kannst den nicht mal essen ey der ist so klein du kannst ihn nicht runter kann ich irgendwie ich bin hier voll gefangen ähm Crunchchips Thai Sweet Chili merkt euch die wenn ihr die seht, kauft die die sind sowas von lecker die sind echt lecker ey und die sind schön scharf die sind geil ne? die haben den Suchtmann als Macher drinnen das haben alle das haben alle der hat ja auch mene vielleicht hat er ja noch mene 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 das ist gut ey hey ich will im Bild bleiben ok 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 was ist das? komede oder so? Ende das ist Ende das steht hier siehst du Wo steht das nochmal? Zeig mal genau! Danke sehr, dass du mein Spiel spielst! Und wir machen weiter! Jo! Das jetzt habe ich hier schon rausgekartet! Ich mache jetzt nochmal ein Aufhängen und dann geht's hin! Bisa Bisa Samen! So, wir sind zurück! Bisa Bisa Samen! Moment, ich bin nicht Bisa Bisa Samen! Nee, irgendwie nicht! Hey, ich wusste doch, was du schaffst! Hab ich doch immer gesagt! Ich sehe, du hast noch nichts gemacht! Hast, sonst hättest du blablabla! Ziehen wir weiter, da gibt es noch mehr! Und alles klar! Da gibt es noch mehr! 120, ich bin da nicht mehr dran! Oh, meinetage! fliegen noch nicht, esse? Nee, nicht anreden, ey! Ich will sie haben! Gib sie mir! Was? Ich bin bereit mitzumachen, wenn du mir tauschen möchtest! Halt dir noch den L auf dem Raumschiff ausschauen, dann gehen wir nicht! Fick dich! No way! No way! Ok! Also, Welt-Ess oder was? Ja, machen wir mal Welt S jetzt. Oh, die erste will ich machen. Schade, dass du dran bist, ey. Was für eine Waschung. Das sieht man an der richtigen legendären Welt aus, die als verschollen galt. Ah, jajajaja. Das erste sieht schon scheiße aus, ey. Das sieht geil aus. Nee, das ist nicht gut. Alles, was einen Pixel Mario involviert, ist geil. Können wir uns drauf einigen? Äh, nein. Doch. Pixel Mario Galaxy. Klitzekleines Klempner Problem. Ich mein, komm schon. Klitzekleines Klempner Problem. Sag das ganz schnell zehnmal hintereinander, so. Mario, 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 Mario. Warum ist sein Gesicht blau? Das ist nicht richtig. Das ist nicht korrekt. Ok. Du bist. Du bist. Du bist.